Hallo und herzlich willkommen zurück zu Kingdom Hearts 3! Ich hab voll Bock auf Eiscreme! Ich auch! Kampfhammer! Ja! Uhrwerksschild! Ja! Schildgürtel! Nehmen wir mal mit! Fertigkeitenring! Kraftring! Angriff 2! Geil! Und magischer Ring für Donald! Kalbfleisch! Eine Kochzutat! Ach, wir können jetzt auch kochen! Deswegen die ganzen Sachen hier! Okay, ich verstehe! Oh, es gibt Schokolade! 10 Dollar die Schokolade! Das ist voll teuer! 10 Dollar die Schokolade! Das kann's doch nicht sein! Ähm... 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 Ja, wir haben schon einen! Fertigkeitenring! Aber hier gab's doch Kraftring! Ja! Plus 2! Was? Was? Ich kann nicht dieses Ding einfach ablegen! Willst du mich trollen? Ach so! Der kostet 2 Slots! Das ist doch Shit! Der kostet 2 Slots! Hier, dann ist Potions mit! Er ist eher auf Magie aus! Er sieht eher auf Magie aus! Magischer Ring! Ach, er kann sogar 2! Das ist cool! Äh... Oh, lauter! Hier sind die Kleinen! Hi! No family discount, Sunkin Donald! Erst meine mitgeben! Ein Kampfjet, der auf Offensive ausgelegt ist! Ähm... Kostet nur 100! Ich nehm's mal mit, weil's nur 100 kostet! Trio Feuer! Schießt in schneller Folge ein buntes Feuerwerk ab, das auf Gegner zufliegt! Und ihnen Schaden zufügt! Ach, ich hab nur noch 2 Taler! Ich will das haben! Ja, man kann die Gummi-Jets auch verändern, aber das interessiert mich jetzt noch nicht so dermaßen! Muss ich eigentlich hin? Sorry! Ich höre mich auf irgendwo in der Hauswanderung! Also, ich schätze auch mal, hier gibt's wieder eine Million... ...Truhen irgendwo. Irgendwo auf den Häusern, unter den Häusern, zwischen den Häusern. Wir werden sie irgendwann suchen müssen. Was macht ihr denn hier auf dem Haus? Da liegt was! Da liegt was! Ich hab Butter gefunden! Yeah! Ich hab Butter! Da ist jetzt Ruhe! Und ich bin von direkt vorbeigelaufen. Ach, guck mal, ich kann hier sogar Kino gucken! Aber da liegt Butter! Butter? Butter? Kalbfleisch! Ähm... Was ist das für ein Kinofilm? Der Zug! Ich will den Film sehen! Ich will den Film doch sehen! Ach, er... Er meinte ihn! Oh, die Schwäne werden sie töten! Was? Micky ist da! Oh... Jetzt ist es vorbei! Aber da ist auch ein Fleck! Da ist ein Fleck! Da ist ein Fleck! Da ist ein Fleck! Da ist ein Fleck! Ähm... Das war der falsche Knopf! Das war der falsche Knopf! Ähm... R1! Hä? Hä? Es muss gelb leuchten! Ich kann nicht diesen Fleck einfach so machen! Okay! Das macht überhaupt keinen Sinn! Aber egal! Und da ist wieder irgendwas! Gewürzgurke! Ich hab ne Gewürzgurke! Ich hab ne Gewürzgurke! Gewürzgurzgurke! So, Leute! Achso! Wir sollten doch hier zu dem... Alten Schloss! Die Frage ist jetzt nur... Wo geht's da lang? Weil ich hab echt keine Ahnung... Wo bin ich denn hier? Ach! Ach! Achso! Hier geht's in die... Nein! Ich wollte noch nicht in den Kanal! Hier liegt Blut! Hallo! Ich will aber noch nicht in den Kanal! Ich will eigentlich erstmal... Zu dem alten Haus! Wow! Wow! Ist das so cool, dass man jetzt hier... Überall rumjumpen... Kann! Aber ich komm nicht hoch! Ich komm nicht aufs Dach! Ach, wie blöd! Ähm... Nimm das, Blume! Nimm das! Okay, ich kann hier zwar hoch, aber... Es bringt mir nichts! Okay, hier geht's auch... Man kann zwar die Häuser alle hoch... Aber... Der Sinn da drin seh ich irgendwie nicht! Weil ich gar nicht bis nach ganz oben komme... Und irgendwie alles bisschen komisch ist! Hey, sieht's trotzdem anders aus wie normal! Zur Weltkarte! Nee! Ich will hier zu dem alten Haus! Da liegt wieder irgendwas! Ich will hier zu dem alten Haus! Da bin ich im Moment doch auf der falschen... Seite! Das weiß ich doch! Ich muss doch in einen anderen Korridor! Hundertprozentig! Das war doch... Irgendwo schön in der Ecke versteckt! So was wie hier hinten! Und dann war hier das Loch in der Wand! Ich muss eigentlich nur den Schienen folgen! Das war aber nämlich irgendwo bei den Schienen! Aber irgendwie... Irgendwie! Die will es nicht so, wie ich will! Ja, hier geht's um Weltkarte! Aber die Weltkarte bringt mir nichts! Oder muss ich vielleicht doch... In den unterirdischen Korridor? Dass ich dann auf die andere Seite dieser Stadt komme? Kann das sein? Okay, wir gehen einfach mal durch! Ja, wenn nicht, dann gibt's für nächstes ein paar Levels! Okay, 789 könnte... Eng... Wer... Dön... Okay, das kenn ich schon! Es wird wieder gelasert! Schön, dass kein Gegner da ist! Nimm das und dies und jenes und das und dies und das und dies und das und dies und das und Finale! Oh... Oh... Na... Hab ich dir auf die Nase gehauen? Das hast du bestimmt auch verdient, ne? Ja... Sieh mal da 13! Da ist ne Truhe! Ja, es hat sich doch schon gelohnt! Es hat sich schon gelohnt! Wir haben die Truhe! Hier geht's irgendwo hin! Ähm... Okay, es gibt einen neuen Weg hier in diesen Wald! Warum auch immer! Hm? Ach, wie cool! F-chen! Was denkst du, dass sie da sind? Hm... Schau, auf der Branche! Die Heartless haben ihn verbringend! Oh nein! Ja! 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 Was ich halt cool fand in dem ersten und zweiten Teil war, dass jede Welt seine eigenen Herzlosen hatte. Zum Beispiel, das waren dann die Äffchen in dieser Welt mit Tarzan und so weiter. Und hier ist es jetzt vollkommen random, habe ich so das Gefühl. Hier kann eigentlich jeder kommen und jeder da sein, der gerade Bock hat. Bin ich ein bisschen blöd. Eine Spritzfahrt gefällig. Okay, 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 okay. Eine wilde Wasserfahrt. Und noch direkt ein Raketentanz hinterher. Wir hauen hier alles drauf, was geht. Und hauen das Äffchen. Da hinten meine Kiste, ich habe die Kiste gesehen. Geh doch mal weg, sonst vergesse ich die Kiste da. Erst will ich diese Kiste, 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 Kiste. Nein! Ich will diesen Pilz. Scheiß auf Herzlose, wenn ich eine Kiste sehe. Ähm, hinter mir ist er. Okay, ich bringe mal vier, äh, 15 Punkte. Das ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Äh, die Tür ist zu. Wir sollen kämpfen. Ich habe dich gesehen. Ähm. Teamangriffszeit plus. Komm mal, die kleine Maus. Well, take care. Kommt mir bekannt vor, aber ich kann es gerade nicht zuorten, zu welchem Film die gehört. Wo-o-oah! Wo-o-oah! W-what is- Ah, wo-oah, wo-oah! Oh! Oh! Woah! Looky! That little feller is parked on your head! Huh? Would you cut that- Uh-oh! Oh! Haha So, what are you going to do with all this anyway? Kleinschneiden Well, okay You be careful going home Aber wo gehören diese kleine Maus dazu? Die kommt mir bekannt vor aus irgendeinem Film Vielleicht werden wir ja noch aufgeklärt Und dieses Kabel nervt mich Das kratzt als so im Hintergrund Ja, wenn ich wüsste wo Ach, guck mal der Dicke hier Der war doch immer in der Aladdin-Welt eigentlich Ich sag ja, die kommen alle völlig random mittlerweile Komm in mein Schild! Und jetzt Pegasus! Donald Stufe 9 Vielleicht schaffen wir ja heute noch Stufe 10 In dieser Folge Jetzt voll viele Herzlose Aber wir nehmen die mal mit Weil wir sollen ja E-Stufe 10 sein Und ich hab so das Gefühl, dass wir Ein bisschen unterlevelt waren Jetzt nicht in den Kämpfen hier Die sind immer noch easy Aber In den Boss-Fights Die finde ich extrem schwierig Und das kann eigentlich nur heißen Wir sind unterlevelt Ein Äther erhalten So, Goofy Stufe 9 Also wir hatten da eine Kiste Wir hatten jetzt hier eine Kiste Hier ist ein Weg Das heißt, hier würde ich erstmal gerne gucken Ob hier auch noch was rumliegt Hier lichtet mich ein Pilz Und hier liegt ein Foto So, okay Okay Drittes Foto Ich meine, die Fotos, die wir sehen, können wir ruhig mitnehmen Aber die anderen Fotos Da ist die Kiste! Sind mir ja alle relativ egal Also, genauso wie bei den Kisten Die, die ich sehe, nehme ich natürlich gerne mit Aber ich würde jetzt nicht jetzt hier Zwei, drei Folgen rumirren Und hier einfach random suchen Und noch eine Spritzfahrt Es geht wieder los! Yeah! Stufe 9 Nice Wo kam ich von da hinten? Jo Von hier kam ich Das heißt Ich gehe jetzt hier lang Da ist nämlich das Haus Da ist das Haus Da ist das Haus Da ist das Haus Da ist das Haus Rechts und links nochmal gucken Wegen der Kiste Ich finde es auch gut, dass es hier So ist, dass man Kein, ich sag mal Level Level sowas draus macht So wie bei Kingdom Hearts 2 Oder 1 Sondern einfach random hier so rein kann Und Einfach weiterspielt Ohne Ladezeit, ohne alles Das finde ich gut Hier war links Hier war eine Kiste Hier ist jetzt auch wieder eine Kiste Aber der Garten sieht ein bisschen anders da aus Ganz ehrlich Ich Na Goofy Halt deine Augen offen Mach ich Goofy Ach man kann die durchlaufen Auch nicht ganz so wie ich will Also wenn jetzt hier Irgendwann auch noch so ist Dass ich durch die ganzen Gebüsche durch muss Weil dann irgendwo da drinnen Eine Kiste versteckt ist Dann kotze ich So das alte Herrenhaus Wir wollen in die andere Welt Zu Roxas Ich will zu Roxas Der Vorhang bewegt sich wieder Aber diesmal scheint nicht Namini dahinter zu stehen Roxas Roxas Wir erinnern uns Wie ist das? Was ist das? Was ist Spaß? Das ist nicht so��er Wie ich wieder Sie sind Ich weiß, dass diese Mansion ist schraubt. Hey, da! Danke für den Horde! Oh, was? Ich habe dich schraubt? Wir haben die Träume! Wir sind schlecht! Also, wie geht's das? Hast du irgendwelche Geräte? Nein, ich glaube nicht. Die Frage nachher war ein totaler Buss. Ja, diese alte Mansion ist unsere letzte Hoffnung. Ihr seid bereit? Ein weiterer Twilight-Town erwartet! Ja! Hier geht's! Ach, ich kann da gar nicht durchlaufen. Der ist einfach so durch. Passwort. Dort tut der Agnes! Sowas? Ja, ich weiß! Zukunft ist eine solche adventure. Untertitel von... Ich denke, von uns. Wir können nicht ihn zum anderen. Wieso nicht? Es war vorher! Wir sind Sora dort! Wir haben da! Das war dann! Und das ist jetzt. Und das ist jetzt? Das Handy geht an. Ich habe gedacht, dass es du sein kann. Oh, ja, das Terminal des Log. Du wirst nicht wissen, was du sagst. Oh, und was? Du wirst? Ich weiß, ich habe keine Ahnung. Dann, äh, wer war es, der in den Log? Oh, hallo, das ist Pence. Ich bin der, der in den Computer. Gut. As long as es ist ein User, den wir wissen, dass wir glauben. Ja, aber ich bin ein bisschen stuck hier. Ein von den Programmen ist protected, also... Ich kann es nicht. Welches Programme? Der Transporte in die andere Twilight Town. Es ist die einzige Weg, um zu finden Roxas. Du musst uns helfen. Eine andere Twilight Town? Und ein Transporte? Okay. Eine Virtual Town, in der Computer, von Daten. Oh, Datascape. Fellas. Mm-mm. Wir haben einen gesehen. Das ist das, was wir einmal einmal benutzt haben, um herauszufinden für Gemini's Journal. Vielleicht kann ich etwas tun. Pence, wir haben eine Netzwerke gebaut. Meine Adresse hier ist... Aber hat mir nicht damals den Computer hier kaputt gemacht? Ja. Sharing ist ermöglicht. Huh? Warst du es? Warst du es? Jetzt, dass unsere zwei Computern, haben wir zusammengearbeitet, ich kann kontrollieren den Terminal dort, und verändern die Privilegungen. Und Roxas? Ja. 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 Ich kann die Computer hier, also mach das. Ich bin froh, dass du mit uns folgernst. Keine Worte. Wir machen es. Chip und Dale werden mir helfen, hier, auf dieser Seite. Ich werde dich zurück, so schnell wir wissen, was wir mehr wissen. Danke. Oh, bevor ich vergessen habe, ein bisschen problemlos. Es geht um einen der alten Mitglieder der Organisation. Du ihn als Vexen. Aber für uns, er war Ansem's apprentice, Evan. Er wurde wiederholfen, wie die anderen uns. Aber noch nicht wiederholfen hat. Dann, ein paar Zeit nach Lee zu verlassen, Evan wurde verletzt. Alias und Dylan, die zwei, die du kennst, als Lexius und Zaldin. Sie sind raus, nach ihm, aber er ist einfach weg. Und ich beginne zu fragen. Oh. Du denkst, er ist auf ihren Seite? Ich denke, es ist eine reale Möglichkeit. Er ist ein künstlerischer Forscher. Du solltest aufhören. Alles klar. Danke. Oh nein! Wir haben Arbeit. Ich habe völlig vergessen. Wirklich? Aber was ist das alles? Hey, beide sind wichtig. Wir brauchen ein paar Geld, um nach der Straße zu gehen. Also, nicht vergessen, die pretzels. Ich muss jetzt kaufen vier. Hm? Uh... Oh. Ich verstehe. Er ist nach vorne. Later, Sora. Ja. Tschüss, Heiner. Tschüss, Donald. Goofy. Good boy! Plus Roxas. And since I'm manning the computer here, you guys are in charge of earning my share. No pretzel for pets. Ah, vielleicht kriegt er ja eine Laugenstange. Die sind so blöd manchmal. Richtig blöd. Kehre zur Stadt zurück. Alles klar. Hä? Ach, jetzt kommt ein Video. Ich wollte schon sagen, jetzt auf einmal macht er Ladezeiten. Oh. Oh. Noch ein Ansem. Xemnas. Roxas. Roxas. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ja. Ich bin. Hö. Ich bin. Ich bin. Oh, ja! Ja, du kannst ihn, Kapitän Duffy! Still so blind. A nobody is what's left behind. When one gives his heart to darkness, there is only one way to bring Roxas back. Which is for you to give your heart up as well. Sora, have you finally decided to call upon the darkness? What? Go on then. The shadows are never out of reach. Neue Herzenose. Und niemanden. Wait! Sora! It's not darkness. Not if it helps him. Bam, 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 bam! Und... Ich muss unbedingt noch die Tastenkombination legen, dass ich angreifen kann oder sich ständig in dieses Menü hier rein muss. Ach, jetzt haben wir auch Vita. Wie geil ist das denn? Das finde ich jetzt aber nice. Ähm. Also Vita hätte ich schon gerne jetzt direkt auf der Schnellleiste. Nochmal Condor-Schild. Nochmal Condor-Schild. Und die Wiege! Und jetzt Goofy-Bomber! Ah, diese Attacken sind so cool. Ihre Teetassen! Eis! Maximal... 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 Maximal LP gestiegen. So, wollte ich sagen. Maximal! Wie kann man denn sowas sagen? Das Wort gibt's nicht mal. Zora? Was ist mit dir? Ja. Herc gesagt... Er sagte... Er sagte... ... mit all meinem Herz. Okay. Dann ist es mit all meinem Herz. Ich werde Roxas raus. Sind Sie mit mir? Donald? Goofy? Huh? Was ist mit dir? Ich weiß nicht was Ansem und Xemnas wollen. Aber... Ich denke wir besser den anderen erzählen. Ja. Okay, dann. Lass uns zurück in die Stadt gehen. Aber... Was jetzt in der Stadt passieren wird? Das sehen wir natürlich erst in der nächsten Folge von... Kingdom Hearts 3. Bis dann! Tschüss!